Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes. Genau, wir haben die Apone und jetzt geht das gleich das Experiment los, ja, okay. Ja, okay. 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 Ähm. Mist. Ah. Hey. Hey. Oh, das war zu schnell. Hey, lass mich doch. Ah. 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 Mach mal die Hilfe weg jetzt hier. Glückswurf. Große Kraft. Ne, hier große Kraft. Ne, hier große Kraft. Ah. 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 Okay, dann werden wir wohl da hingehen müssen. Allerdings, was muss ich jetzt weiter machen? Es fehlt immer noch diese Kiste. Wer kann das tun? sage mal was muss ich denn noch machen ich bin da gerade nicht mal wirklich durch das ist ja gerade ein bisschen zu hoch für mich warum das mag ja schön und gut sein aber was zum geier muss ich jetzt machen soll halt den mord weiter und das gut aber irgendwie wo ist denn hier der andere typste ja lockt gehen wir mal hier runter ok 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 Da suchen sie den Mord, Inspektor Lestrat stattet der Baker Streets Einnahmesuch, ob dabei erzählt, John Nelligan scheint ein gewöhnlicher Einbrecher zu sein, welche Rolle spielt er in diesem Fall. Ja, das möchte ich ja gerne herausfinden. Oh Gott, das ist ein... Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Und die andere Typsi von Polizei ist nicht hier. Wie komme ich denn zu dem anderen Zeug? Ah, hier. Der Einbruchsversuch fand statt, um dass im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diesen Einbruchsversuch unterdauert hat, das haben wir ja schon. Ah, okay. Ah, das haben wir. Ah, da gehen wir auf Glückswurf. Aber trotzdem... Fehlt mir hier jemand? Oder irgendwas. Irgendein Hinweis fehlt mir, sonst könnte ich ja weitermachen. Was fehlt mir? Was zum... Ähm... Ja, gut. Sherlock Holmes hat eine Neigung zum Spannern. Cool. So, da haben wir's doch schon. Ein schwerer Goldring mit der Gravur von R. Dawson. Äh... Für meinen Freund und Partner 83. Äh... Die Wirtschaft und Vereinigten Königreich... Kapital... Äh... Nikola Tesla. Sagt mir was. Sagt mir was. Warum nicht Dynamit? Die Schreibmaschine gehört wie Zucker, des Zappers, bla bla. Römische Geschichte, Preußische Militärismus, ägyptische Geschichte, körperliche Bande, Erste Hilfe. Äh... Schlangenöl. Exotische Pflanzen. Pflanzenhormone. Ökonomie-Technik-Geschichte. Zeitungen. Da... Das ist nicht das, was ich brauche. Nein? Das... Okay... Äh... Was? Forschungs... Was? Was? Okay... Ich krieg jetzt einfach mal alles durch... Ökonomie... Das ist nicht das, was ich brauche. 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 Medizin... Das ist nicht das, was ich brauche. Das ist nicht das, was ich brauche. Das ist nicht derjenige, den ich brauche. Das ist nicht derjenige, den ich brauche. Blutiger und goldiger König. Das ist nicht derjenige, den ich brauche. Das ist nicht derjenige in Scharlach-Roth. Das ist nicht derjenige, den ich brauche. Das ist nicht derjenige. Neues Marinegesetz. Die Blutbuchen. Das ist nicht derjenige, den ich brauche. Das ist nicht derjenige, den ich brauche. Die Blutbuchen. Das Bild ist von Dorian Gray. Die Blutbuchen besiegt die Arnteil des Scharlach-Roth. East Africa Company. Ankunft der Rock of Dingsbums. Ich verstehe nicht, wenn sie diesen Abschied jetzt verlassen wird, ihre Vorträge. Die Blutbuchen. Nein. Was ist das? Scheiße. Ich verstehe nicht. Was ist das? Was ist das? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe. Bis zum nächsten Mal!